Bei den neuronalen Netzen geht man noch einen Schritt weiter als beim klassischen Machine Learning. Da betrachtet man dann Wörter wirklich im Kontext der umliegenden Wörter. Das heißt, die Systeme können dann bis zu 2000 Zeichen links und rechts, je nachdem, welche Architektur man nimmt, modellieren in den neuronalen Netzen und verstehen Wörter eben sozusagen als die Kontextwolke der sie umgebenden Wörter. Und die Netzarchitekturen haben sich dann in den wenigen Jahren, die es sie gibt, schon wieder stark gewandelt. Am Anfang hat man für jede Aufgabe, für das Übersetzen, für das Klassifizieren von Tweets, für das Zusammenfassen von Texten einzelne Netze trainiert mit entsprechenden Daten und die haben sich dann eben entsprechend ihre Gewichte gesetzt und diese Aufgaben gelernt. Dahingehend, dass man Basismodelle trainiert hat, Foundational Models, das sind noch nicht die ganz großen, die wir heute kennen, das sind so mittelgroße mit ein paar Milliarden Parametern, die so ein grundsätzliches Sprachwissen mitbringen und dann konnte man am Ende so die letzten Schichten drauf trainieren fürs Übersetzen, fürs Klassifizieren, fürs Generieren von Texten und das alles ist immer noch End-to-End. Das heißt, man gibt eigentlich nur die Daten rein, wenn man so will, hat wenig Kontrolle, aber große Skalierbarkeit. Die Netze kriegen ganz, ganz viele Muster aus diesen Texten raus und können ganz, ganz toll arbeiten. Und heute gibt es jetzt die Foundational Models, die großen Sprachmodelle oder Modelle für Sprachen und Bilder, das ist nicht auf Sprache beschränkt, die können dann bis zur eigentlichen Aufgabe alles in einem Rutsch trainieren und das ist jetzt eigentlich auch für mich ein gerade wahnsinniger spannender Zeitpunkt in der Computerlinguistik.